gewaltsam vorsichtig da ist er wieder am ball hämmer sonn und da ist kirsten kirsten und der macht's hämmer sonn da ist er wieder am ball hämmer sonn und da ist kirsten kirsten und der macht's der macht das 1 zu 0 für bayern leverkusen immer wenn es gegen die bayern geht dann ist er da der schwatte ulf kirsten trifft zum 1 zu 0 plötzlich und unerwartet sage ich mal denn eigentlich hat hier alles mit einem 0 zu 0 gerechnet babbel der ärgert sich klar dieses wort war einfach abzulesen vom mund von ottmar hitzfeld